Musik Hi und herzlich willkommen zurück bei AzubiTV. Heute geht es um unseren elektronischen Safe und viele können sich vielleicht gar nicht vorstellen, was es ist. Denken vielleicht, es hat was mit dem elektronischen Postfach zu tun. Da liegt die gar nicht so falsch. Der eSafe ist ein kostenloses Feature unserer Sparkassen-App und den könnt ihr euch quasi als zusätzliche Cloud vorstellen, den ihr einfach mit der Tarn freischalten könnt und schon könnt ihr euch Dateien aussuchen, die ihr zusätzlich einfach nochmal absichern wollt. Bedeutet, ihr habt wichtige Dokumente wie Versicherungspolizen oder wieder ein Bausparer und ihr wollt einfach nochmal ein bisschen mehr Sicherheit dafür in der App, dann habt ihr einfach unseren eSafe dafür und was auch super praktisch ist, falls ihr auch persönliche Dokumente habt, die ihr nochmal abspeichern wollt, könnt ihr auch hochladen. Es muss nicht unbedingt ein Sparkassen-Dokument sein, egal was es ist. Ihr könnt alles auf dem eSafe hochladen und habt quasi nochmal eine kostenlose Cloud, was super praktisch ist. Und das waren auch schon so die wichtigsten Vorteile zu unserem eSafe. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare und wir verlinken euch auch nochmal einen Link, wo ihr es auf der Homepage freischalten könnt. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Ciao!